Falls ihr demnächst auf Klassenfahrt oder in den Urlaub fahrt, müsst ihr unbedingt dieses Auto bingo machen. Geht natürlich auch in jedem anderen Fahrzeug. Ihr könnt euch dann die Bestrafung oder die Belohnung ausdenken, für die, die als erstes die ganze Linie voll haben. Was könnte doch Witziges in den Feldern stehen?